Das geht aber nicht mit eurem Arm! Zu viele Leute, zu viele Leute, zu viele Frisuren, das fack ich nicht, das ist unmöglich. Ganz ruhig hier, Chacho, will ich denen sagen, der Laden ist geschlossen? Ich hab noch nie so viele Leute frisiert, aber das Saigon darf nicht schließen. Das Saigon ist der Traum meiner Eltern und meiner auch. Leute, sag mal, rutsch! Ganz ruhig! Das Saigon öffnet wieder und Freunde bezahlen die Hälfte des Doppelten. Verstanden? Endlich hier! Das sieht ja aus wie ein Juggeltandro, du bezahlst das Doppelte. Das habe ich nicht, das weißt du!